Um ein effizientes Datenmanagement betreiben zu können, ist die Datenhaltung des ANO. Also für das jeweilige Unternehmen das korrekte Datenhaltungskonzept zu finden, das dementsprechende Datendesign zu finden und sich die daraus ergebenden Technologien. Für die Datenhaltung gibt es inzwischen jede Menge Architekturen und auch jede Menge verschiedene Designs. Erwähnenswert und besonders wichtig, gerade zur jetzigen Zeit, ist vor allem der Data Lake und das DWH. Und der Data Lake, den kann man sich vorstellen als einen unsortierten, unbearbeiteten Pool von Daten, weil es eben noch keinen direkten Verwendungszweck für diese Daten gibt. Er wird häufig eben auch eingesetzt, um auch weitergehende Analysen betreiben zu können, auch Predictive Analytics betreiben zu können, Statistiken und so weiter. Und es gibt eben wie gesagt das DWH, das Data Warehouse, mit dem man Daten eben schon vorstrukturiert. Hier ist eben der Unterschied dazu, dass man mit diesen Daten auch schon einen direkten Verwendungszweck hat. Ein DWH kann dann noch in verschiedenen Designs aufgeteilt sein, unter anderem ziemlich modern, ziemlich gern gesehen, gerade häufig eingesetzt, ist die Data Fabric und auch der Data Mesh. Fangen wir mal mit dem Data Mesh an. Der Data Mesh verfolgt einen soziologischen Ansatz. Hier geht es um das Dezentralisieren von Daten und die Zugehörigkeit, die Zuständigkeit dieser Daten. Grund, der dahinter steckt, also die Intention, die dahinter steckt, ist, dass man die IT-Abteilung und ein bisschen dieser ganzen Fragestellung, die dahinter steht, entlasten kann. Die IT kennt in der Regel gar nicht die Anforderungen an Datenqualität, sondern die Fachbereiche kennen diese. Und dementsprechend macht es auch Sinn, über einen Data Mesh, eine Dezentralisierung, diesen Fachbereichen die Gewalt und die Hoheit über diese Daten zu geben und für ihre Datenqualität selbst sorgen zu können. Bei einer Data Fabric, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein selbstfahrendes Fahrzeug. Hier geht es einfach darum, dass das möglichst automatisiert stattfindet und als Mensch wir nicht mehr eingreifen müssen. Kann man sich dann auch so vorstellen, wenn sich ein System mal verändert, ein vorgelagertes System, eine Datenbank, neue Spalten kommen hinzu in der Datenbank, weil zum Beispiel ein Vorsystem ein Update erfahren hat, dann ist eben eine Data Fabric entstanden, sich auch selbst zu heilen, ohne dass ich als Mensch irgendwas zutun müsste. Und um das Ganze realisieren zu können, gibt es auch verschiedene Tools am Markt. Unter anderem wäre das zum Beispiel Click Data Integration oder auch Talent, auch kleinere Tools wie Lobster und NiFi gibt es da am Markt. Und das alles können wir dann noch dementsprechend mitbedienen. Aber bei der Auswahl des korrekten Datenhaltungskonzepts, da gibt es viele Faktoren, die da rein spielen. Und das kann sich auch ziemlich komplex ergeben. Ich sage mal, die wichtigste Voraussetzung oder die wichtigste Fragestellung ist die Zielsetzung. Was will ich eigentlich damit erreichen? Wo will ich eigentlich hin? Warum mache ich das überhaupt? Wichtige Faktoren, die da noch mit reinspielen, sind Datenmenge, aber auch meine Anwender. Also sind das jetzt Business Analysten, sind das Data Scientists? Das sind alles Dinge, die sollten da mit reinspielen. Datensicherheit ist ein großes Thema. Auch hier ist es natürlich ein Unterschied, welches Konzept ich verfolge. Sollte ich mir also im Klaren sein, was ist für mich im Unternehmen Relevanz? Auch hier gibt es natürlich große Unterschiede. Und das allein reicht auch schon aus, dass man nichts Allgemeingültiges dazu sagen kann oder konzipieren kann. Sondern es muss immer individuell auf die Belangen des Unternehmens angepasst sein. Auch hat jedes Unternehmen dementsprechende Vorgaben, Restriktionen, die natürlich berücksichtigt werden müssen. Ja und die technischen Gegebenheiten, die ich letztendlich habe, sollte ich auch berücksichtigen. Also das, was ich an Hardware besitze, die Möglichkeiten, die ich habe, sollte ich auch individuell mit einfließen lassen. Und zuletzt stellt sich dann eigentlich nur noch die Frage, will ich das Ganze halten bei mir im Haus, meinen eigenen Surfern? Möchte ich das vielleicht in eine Cloud schieben? Möchte ich einen hybriden Ansatz verfolgen? Auch das kann mega Sinn machen. Ja und das alles sollte man berücksichtigen für die korrekte Auswahl seines Datenhaltungskonzeptes. Wir als AQUINET unterstützen Sie bei allen Ihren Herausforderungen zur Datenhaltung. Von der Zielsetzung über Konzeption bis zur Technologieauswahl und Implementierung sind wir gerne in Ihrer Seite. Und weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Und zu Donner